ja und willkommen zu einem let's show ultra mario presents yoshis island of secrets von ultra mario 12 ein ja smb hack ich habe schon das schon mal angespielt werde es wie in die baseboard nehmen und naja angespielt mit einmal zumindest damit das für mich nicht ganz bein ist story kann man kurz sagen yoshi ist auf einer einsamen höchsten insel irgendwie gestrandet und das einzige was ihm helfen kann ist eine pflanze von yoshi von yoshi bowser fortwiss okay ja irgendwie auf jeden fall brauchte irgendwas sorry dafür dass ich das nicht richtig übersetzen kann meine englischen kenntnisse sind derzeit irgendwie am boden so fangen wir mit dem erst mit dem ersten schönen teil an wir haben ein yoshi als charakter den wir benutzen wieso haut dass der mich nach geht das will ich nicht deswegen spiele ich das jetzt dass der mich nicht sofort aus den socken hauen kann so wenn uns das ding das ding das ding bei dir springen wir noch mal in die höhe schnell 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 aber sonst erwischt uns der gumpa genau der uns hätte ich gehabt hätte uns der chuck auch noch getroffen hier kommt noch so einer raus moment so hier ist die joshie münzen hat er hier nicht verändern hat wesentlich den charakter von mario zu joshi gewechselt und naja und seine eigene landschaft natürlich durch veränderung der grundstruktur man wie laber ich ja nicht gerade ja er hat das auf jeden fall so gemacht wie ich es gerade erzählt aber also nicht in dem er gegner verändert hat sondern er den hauptcharakter und ja seine power ups was ich persönlich richtig gut finde also ich mag mag es und ich glaube die power ups sind korrigiert mich ich glaube dass sein eier sein schätze ich mal auch ne komm schon nein das war zu also ich will das power up aber behalten ich vergesse auch immer ich sag ich spiele mit save states und vergesse es mittendrin jetzt habe ich das power up doch verloren na egal hohohoho und zack ha ha gumbo hat mich nicht erwischt aber wenn ich pech habe dann chuck und springe doch na gut ein geheimnis was man hier finden kann ist secret exit schön markiert mit der stelle hier mit der einen münze da hat man dann kein abgrund sondern ja bohnen unter den füßen und kann dadurch in secret exit finden wenn man dann noch in das schlüssel noch richtig reinspringt kommen auch dann zum nächsten level wetters mountain ein ja schon cooles cool gemachtes und scrolling level wenn da zusammen schwierigkeit finde ich persönlich ich bin hier nämlich oft verhaute verkackt aber liegt doch daran dass ich keine wirklich guten mario skills habe oder bis jahr oder hier joshis skills vor allem die haben mich das erste mal richtig genervt wir suchen uns als erstes den secret ausgang und der ist hier drin ja und das hat er hier nicht oft viel verändert muss man auch nicht kann man ganz klar sagen und aber gut versteckt also wieder so eine also so eine sache die eigentlich ja klar ist dass es da versteckt sein muss und ja das sind so irgendwie hinweise die ja nicht ganz klar sind finde ich ich bin aber roter joshis nicht zu hause und mison ist doch unser eigenes haus hier einrichten oder heim her ich schätze ich mal dass er darauf hinaus möchte was ich daran sagen könnte klar es ist auch ein hack für andere sprachen aber ich fände es auch cool wenn wir eine deutsche box dazu gehabt hätte voll in die fresse so hier ist das tor mal zwischendurch safestaten schaltet auch nicht okay das bringt nichts die lassen sich nicht mehr vom goombas erledigen aber von feuer bellen so den chucks ausweichen zack power up mitnehmen safe state ja gar genau könnte kurz vorm ende hier noch was passieren passiert tatsächlich noch was so was ich jetzt hier ein wenig irritierend finde ist das hier ja wenn man nicht schnell genug ist wenn die röhre kommt und denkt es geht noch weiter und ich habe nur acht sekunden zeit dann würde man ja dann ist man gleich tot vielleicht so ein kleiner so keine sache dass das scrolling eventuell dann aufhört wenn das halt auch das ende der der map ist aber das ist nur ein kleiner man könnte und ein kleines manko was ich jetzt ansprechen würde so ihr auch cool versteckt für die ganz neugierigen und fahrfinder unter den joshis spielern aha so hat mir das hier geschnappt das ei eher dieses ding sonst nicht auffressen ich habe den namen von immer wieder vergessen ich habe wirklich kein gutes namengedächtnis fällt mir auf das fällt mir schon bei super mario apg auf jetzt hier auf da bestimmt auch eigennamen als fleder aus so machen wir mal hier weiter das finde ich wiederum gemein gut bin ich auch selber schuld und hier ist so eine sache also ich bin da jetzt habe das mehrmals versucht ich bin da nur durchgekommen mit feuerblume oder halt so dadurch gekommen dass ich im schaden genommen habe also wenn man kein power up zu der zeit hat alle irgendwie alle verpasst hat oder verloren hat hat man da so ein paar schwierigkeiten aber gut dann sollte man halt auf seine power ups aufpassen kann man auch so an interpretieren ja machen wir vielleicht mal weiter ich hole mir hier oben nochmal das power up weil ähm wie gerade gesagt power up ist gut auch wenn ich mit safe states arbeite vergesse ich ja andauernd welche zu setzen so safe states setzen so das ding kann man mit feuer nicht bekämpfen weil es in lava lebt klingt logisch so und hier kann ich es noch nicht so verblüften macht tun oh ein abgrund panik so ach ja hätte ich mir das power up auch nochmal holen können oh gut au nö hallo das ist doch unfair au du scheiße schack ok das war blöd so in die falsche richtung geärgert ähm na komm wow und jetzt hier ähm ich kann das mal vormachen wie ich denn davor stand und es die ganze zeit versucht habe es aber einfach nicht geschafft habe ähm was uns hier noch fehlt ist das secret das ist nämlich hier versteckt und ja wer hätte das gedacht hier ist nochmal der gleiche bildschirm aber wie schon gesagt ist nicht so schlimm hehehehe ist ja kein ähm negativ auffallende sache yellow b button ähm man könnte jetzt sagen man macht im normalen heck auch nicht immer alle ähm ouch wieso ist denn Moment wieso verschwindet die so ganz damit habe ich den falschen erledigt so nochmal ganz ganz ruhig so und das wollte ich nämlich äh erschaffen auch wenn das auch wenn das vielleicht nicht gerade so ähm zu sehen war aber somit spare ich mir zum Beispiel dieses Gehüpfe über ähm ähm Spiney über Spiky wie auch der heißt ich glaube eher Spiky klingt irgendwie logischer und ähm ja kürze das eher ähm ähm kurz gesagt ein wenig ab also finde ich angenehmer ich mag es nicht auf der ich mag diese Drehsprünge so abgetimt nicht es würde hier auch viel zu viel Zeit ähm 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 in Anspruch nehmen so wir haben den ähm yellow b button gefunden und blue waters eines der Level wo man wirklich äh gut dran ist wenn man mit SafeStates arbeitet finde ich persönlich weil es hier eine Stelle gibt die mich tierisch ähm die tierisch schwer ist vor allem für Anfänger hehehe aber äh also nicht für Anfänger direkt sondern eher für Noobs wie mich hehehe so erstmal können wir hier unten lang was uns eine Yoshi-Münze bringt oben bringen wir uns auch eine Yoshi-Münze was man ja von hier gut erkennen konnte was man ja von hier gut erkennen konnte ich hole sie trotzdem nochmal Fisch ist eh getötet sooo hier mal ein bisschen vorspulen also ich mag Schwimmen ähm Unterwasser Level eigentlich nicht so gerne ich weiß auch nicht im Allgemeinen hat ja nicht so gerne gemocht aber gut wiederum wenn in irgendeinem Spiel mal kein Unterwasser Level ist dann wird gleich ähm gejammert ist mir auch oder ja wird das gleich vermisst ist mir so aufgefallen bei den ähm ähm bei dem Spiel ähm na Donkey Kong Returns und naja hier ist es die Stelle gewesen ohne die Feuerblume hat man hier wirklich äh schlechte Karten ich geh mal nochmal nach oben ähm ja weil dieser Shack ja der nervt halt der ist da heute voll im Weg und man hat hier eh nicht so Autsch ich will das Power-Up behalten Moment mal ich mach die hier nochmal weg man hat hier eh nicht so eine große ähm Freiheit sag ich mal Autsch okay na na nehme ich in Kauf dann gehen wir hier nach oben hier ist das Secret äh der Secret Exit äh man hat da eh nicht so eine große ähm Freiheit und Sachen ähm auf den Knopf drücken und so und ich hab da so lange dran gebraucht naja aber das zeigt ihnen nur dass ich nicht gut bin hat ja auch nichts mit dem Level zu tun hat ja auch nichts mit dem Level zu tun auch okay okay die Level äh die Power-Ups gehen dann einfach weg ähm ähm äh die Power-Ups die leben da war ein Power-Up drin da bin ich sehr nett froh du war ähm coole Bonus-Challenge kann man sich auf jeden Fall wieder leben sagen ähm na Leben ähm na wie heißt es mir fällt gerade der Name hier ein Leben farmen war hier nicht war hier nicht im ersten Durchgang eine Yoshi-Münze wo ist denn die jetzt hin so schnell nach oben wow jetzt gibt es noch ein Headshot dann halt doch nicht so schnell nach oben und hier ich hätte gerne irgendwas was der Yoshi in die Hand nehmen kann damit der ein wenig schneller ist in den Kisten wissen wir was drin ist ähm das war blöd das machen wir gleich nochmal Safe Stakes so und hier erledigen wir die das Ding und das Ding was die da hinten Schatt nennen ja und komm und oha mhm und äh hier dürfte auch nicht gleich das Ende sein irgendwo wird man hier durchgelassen sonst würden auch hier die ganze Zeit wieder Blöcke kommen und hier würde uns ein nerviger Fisch wow Fischfreund wollte ich schon fast sagen also Gegner erwarten und ähm ja das ist eigentlich cool gemacht so als kleines Hindernis und man denkt ah schnell in die Röhre und dann man Panik und verhaut das Feuer so wie ich am Anfang hehehe ja also wie ich das erste Mal durchgespielt habe hatte ich da Panik bekommen aber gut wir kommen hier gut voran ähm man Safe Stakes hier hinsetzen auch wieder ein Level mit zwei Ausgängen ne dich brauche ich so dich brauche ich gar nicht Filz geh weg wow und jetzt kommt hier sowas so präzise Sprünge sind wirklich fies und äh mit Musik aus Yoshi's oh Gott oh Gott Yoshi's Story für die N64 oh man hehehe ne ok warten wir mal ein wenig hehehe lassen die mal vorbei schweben und und ach ja Moment hier war oh das war eine ganz blöde Stelle zum Safe Staten ähm hier gibt es noch eine Stelle die ich da wo ich lange für gebraucht habe werde ich aber beim ersten ähm durchgang jetzt nicht sofort zeigen ach scheiße das ist das Power Up ähm hier gibt es so eine nervige Stelle halt da oben ja wie soll man da oben direkt dran kommen das ist für mich äh schwierig gewesen wow ich kann das jetzt mal so machen ne das war schon mal falsch komm hier drauf so und jetzt müsste man jetzt glaube ich hier runter mit Schack in die andere Richtung laufen lassen damit er das kaputt macht ich habe das ähm so nicht hinbekommen liegt auch daran dass ich einfach ein Noob bin ich hatte mir aber eine andere Lösung gesucht ach du scheiße das war blöd nochmal ähm na kommt erstmal alle hierher na komm so teile dich und lauf in den tot so ich hatte mir doch ach ne hier ist er gar kein tot haaa hm sehr blöder Punkt da oben er da unten na komm du scheiß schack schack ähm hab das mir nämlich mit ein ähm anders geöffnet diesen Weg das hat gerade keinen Sinn gemacht aber das wie genau das kann ich ja gleich zeigen werde ich auch gleich zeigen wenn ich hier 29 Punkte hole und das erste Bonus Game glaube ich Bonus Bonus Game hier mache ähm hier ein bisschen bei den Bonus Game ja klar ähm schade dass man sich noch einen anderen dass man sich noch einen anderen Spite für den ähm Stern ausgesucht hat aber gut da will man sonst kleinlich sein Sternblatt hat Sterne von der Wirkung her und das ist dann ja mit dem Ei vielleicht nicht so treffend hat man sich das so vielleicht gedacht ja und jetzt diesmal hole ich mir das Prop und ähm das war jetzt nicht das das ist äh oh man geh mal raus das wollte ich nicht machen das auch nicht das auch nicht das eh nicht das eh nicht so boah man hehehehe die Kummers wollen nicht so wie ich will Mann so so egal so dich nehmen wir jetzt mit ist sogar noch einfacher wenn man klein ist hau nicht hier durch nein hau nicht nicht weg du wärst aber trotzdem hier ähm speichern wir kurz das sollte auch nicht passieren das auch nicht das eh nicht das eh nicht Mann so und gehen dann da durch mit dem Goomba in das Secret Aus Aus Exit wieso bin ich immer Secret Ausgang das hört sich irgendwie so dumm eingedeutscht an naja und ähm haben wir das Level geschafft anders konnte ich mir das jetzt nicht vorstellen ich glaube das ist noch mal nicht die richtige Methode korrigiert mich ehrlich mal hehehe so dich nehmen wir okay dich nehmen wir vernünftig okay okay ich will den Lakito da runter bekommen eigentlich möchte ich den da runter bekommen eigentlich möchte ich den da runter bekommen weil das das vereinfacht uns wieder eine kleine Sache ähm Autsch nämlich wir sterben einfach nein wir kommen hier einfacher durch und ähm ich glaub das wurde auch bestimmt so gewollt gewollt worden auch bestimmt so gewollt wenn nicht dann nicht und äh dann müsste man wahrscheinlich ob dieses Spikys Spikys schon wieder den Namen ich weiß es aber nicht ich weiß es nicht besser hätte man die bestimmt benutzen müssen so wenn man denkt man braucht diese P äh diese Green P Button und den Yellow Button da unten ähm nicht dann hat man ja falsch gedacht nämlich das Finale ist daraus ausgelegt ja hier kannst du nur lang wenn du halt den ja die beiden P's ähm Dinger hast äh Schalter aktiviert hast genau so sonst hätte man hier nichts bekommen also sonst hätte man hier ein Problem so gehen wir durch die Tür was eigentlich schon anzeigt dass es eine Bostür wird wird es aber noch nicht aber eine schöne Sache wo man hier wirklich schnell sein muss ähm kurz überlegen so ähm hier muss man ein paar Sachen wegnehmen man darf die unteren jetzt nicht alle ähm ne die oberen darf man nicht alle wegnehmen irgendwas durfte man an der Münzen hier nicht wegnehmen das ist auch ein Mini-Rätsel sag ich mal ach ne man durfte jetzt nicht hier den ähm da man die Münzen hier schon weggenommen hat darf man jetzt da nicht den P-Switch aktivieren das ist glaube ich das Wichtigste was man sagen muss so dann kommen wir nämlich hier durch scheiß darauf dass ich das ne vielleicht doch nicht ähm nochmal so ok ok vielleicht sollte ich nicht aufhören zu springen so dann nimmt man sich den mit springt hier ja und wenn man sich den P-Switch wenn man denkt man hat so viel Zeit und könnte dann den P-Switch in laufer drücken hat man dann hier halt das Problem mit der Tür und die erscheint nicht wieder ähm und was man hier eventuell nochmal einbauen hätte können ist eine ähm na wie nennt man das eine Röhre da wo man noch da wo nochmal ähm ja die Chance eingegeben wird das Rätsel nochmal von vorne zu machen ja oder man gibt nur aber man gibt einfach selbst noch was wenn man lustig ist Och du kommt hier noch was? Booooooosa lass mich raten welcher End-Boss hier kommt und das wird für mich wenn das wirklich Bowser ach du Schande wenn das wirklich Bowser wird was ich äh streng annehme dann wird das für mich eh äh oh nein nochmal von vorne wenn das hier Bowser wird wird das für mich ein Debüt das war für... das war blöd das war auch blöd komm da komm da und mach mich hallo mach mir den Weg auf pfff das wies da mach ich so eine übertriebene Musik mit sooo mit mal nochmal speichern ich nehm mir den Kooper mit mach da mach da ein Teil auf das war ein Fehler ähm nochmal das war auch ein Fehler das war ein genauso dummer Fehler extrem kommt prices werden sie vom der man vä er Ich bis jetzt noch nicht machen musste. Weil, äh... Warum muss ich die nicht machen? Verdammt. So, bleiben wir einfach mal hier stehen und warten darauf, bis das der Cooper von der anderen Seite... ... an der anderen Seite... Oh, Schande. Das wäre, glaube ich, ein Game Over geworden. Also, ein, äh... Ja, er macht die Tür auf. Die Tür. Vielleicht hab ich schon wieder den Typen gekillt. Lass mich da rein! Autsch. So, ich saveste die einfach mal. Und jetzt... ... musste... ... mir nur noch den... Okay, das war blöd. Jetzt musste er mir nur noch den Weg aufmachen. In die Richtung. Oder in die Richtung. Oh, Mann. Ja. Ja. Und ich würde gerne an das Power-Abkommen. Mhm. Na komm. Oh ja. Und das ist ja noch... ... noch eine Sache... ... die einen vielleicht ein wenig stören könnte. Na komm. Na komm. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn er Cooper... ... Matching Cooper... ... ein wenig schneller wäre. So. Ach komm. Kleiner Sprung. Kleinerer Sprung. So. Jetzt ist es oben und... ... vielleicht ohne Anlauf? Nö. Wird auch nicht besser. Die Legs machen es gerade auch nicht besser. Was ich eventuell machen könnte ist... Ne. Das bringt aber auch nicht... Das bringt einem auch nicht viel. Jetzt das Power-Up. Ähm. Mhm. Mhm. So. Scheiße. Jetzt muss ich auf den Magic Cooper... Ja komm. Treff bitte. Ähm. Wie lame ist das denn jetzt? Der Typ hat... ... voll kein Feuer geschossen. Zauber geschossen. Alter! Zu viele Sprites. Ach. Scheiße. Nein. Na, das könnte jetzt... Na komm. Ähm. Der Weg ist jetzt frei. Gehen wir noch mal kurz zurück. Das könnte von der Zeit aber extrem knapp werden. Ähm. Moment. Wo hab ich... Wo hab ich hier? Okay. Ähm. Wie schon gesagt. Kann das von der... Zeit jetzt extrem knapp werden. So. Gehen wir noch mal hier zurück. Machen wir dich erstmal tot. Dann sind hier auch... Nein. Dann sind hier auch jetzt wieder weniger Sprites. Es dürfte der Sprite wieder angezeigt werden. Na komm. Jetzt muss ich nur diese Sache wieder schaffen. Die Inside-Lupe doch wesentlich einfacher war als... Angenommen. Na komm. Ja, geht doch. So. Magic Cooper. Perfekt. Na. Na. Oh, lass mich da rein. Dann halt da. Ist auch nicht so schlecht da. Ja. Ich hab nur... Okay. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Wie viel... Mhm. Ich will nur wissen, wie weit es da noch hinten raus geht. Ja. Ähm. Ich spiel noch mal kurz bis hier. Bis gleich. So und... Ähm. Ich hab mich so schnell wieder aufgenommen. Weil ich an einer Stelle bin, wo ich jetzt... Denke, dass ich jetzt... Ja. Wieder so weit sein werde wie letztes Mal. Ich glaub hier hab ich aufgehört. Ah und das geht noch weiter. Ist das... Nicht schön. Oha. Ne, vielleicht nicht so weit nach vorne. Auch nicht so weit nach vorne. Ähm. Dich wollte ich ja nicht... Töten. Komm ich jetzt zum... Eigentlichen Boss? War das der eigentliche Boss? Ach du Schande. Ist hier vielleicht ein Power-Up irgendwo... Ich werde so verkacken, wenn es Bowser ist. Aber zum Glück keine Zeit. Das macht das vielleicht... Äh. Ich hab noch nie gegen Bowser gekämpft. Muss ich dazu sagen. Ähm. Es ergab sich noch nicht. Da ich SMW noch nie zu Ende gespielt. Hä? Nochmal. Ähm. Vorspulen. Und dann hört das hier einfach auf. Oder wie? Naja. Hab ich nichts dagegen. Ähm. Das war... Das letzte Show. Von... dem SMW Hack von Ultra Mario 12. Ich bin Peruaner. Und ich muss erstmal... Überhaupt insgesamt sagen. Ich fand den Hack trotzdem richtig cool. Also... Er hat ein bisschen was abverlangt. Und selbst... Man kommt auch durch, wenn man so ein bisschen... Mitdenkt und so. Und... Zeit hat. Naja. Mir persönlich hätte er wirklich gefallen. Und... Ich kann ihn nur weiterempfehlen. Er macht auf jeden Fall Spaß. Und bis sich die Zeit... Schön zu vertreiben. Hehehe. Also... Ähm. Schreibt ihn an. Ja. Lade den Link runter. Von seinem Ankündigungsvideo dazu. Oder... Ähm. Ja. Fragt noch einen anderen Hacks. Er ist auf jeden Fall in dem Gebiet nicht schlecht wie man er sieht. Also... Mir gefällt das wirklich richtig gut. Also... Das mit dem Yoshi zu spielen ist cool. Und ich mag den roten Yoshi. Hehehe. Naja. Gut. Ähm. Das war meine Letzt Show. Und... Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Zum nächsten Letzt Show. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.